moin meine lieben freunde herzlich willkommen zur neuen folge satis factory version 1.0 release heute geht es weiter hier auf dem kanal von simulation 2015 in der nächsten folge haben wir quasi hub upgrade 5 abgeschlossen heute machen wir weiter mit upgrade 6 und wenn es euch gefällt natürlich wieder wie immer abonnieren liken kommentieren ansonsten schaut in die video beschreibung finden das ist wichtig und ansonsten freue ich mich natürlich gerne euer feedback dann schauen wir doch mal jetzt hier was wir zuerst machen ich würde sagen problem ist halt wir können natürlich schon hier paar sachen machen sogar teure aber wir haben halt keine container ach doch dann würde ich sagen das problem wird hat sein strom werden es wahrscheinlich ziemlich häufig das problem haben dass die sicherung rausfliegt er aber die ganze zeit ihr müssen blätter sammeln ist in hof rüber gehen weil sonst wenn natürlich auf dauer auf dings gehen den augenblick werden wir da jetzt erst mal hier ein bisschen paar blätter sammeln vorsorglich das ganze nur in die auch mit dem man mit warum wir auch dringend fundamente werden wir einfach den container hinkrachen und erstmal ohne irgendwie überschuss system und so weiter das kommt alles später im verlauf erst wenn auch gar nicht diese produktion dafür haben meine noch gar nicht den erforderlichen strom dafür vor allen dingen so warte mal kurz nehmen wir hier noch ein paar sachen mit so warte mal kurz das heißt wir werden hier direkt ein miner hinkrachen ach stimmt wir wollen ja meine dafür hätte ich auch selber drauf kommen können und wir bauen erstmal hierhin provisorisch ist erstmal egal eigentlich wie der hinstellt der meiner schließt ist da hinten alles gut das war eine schlechte idee weil ich jetzt gar nicht weiß ob ich meine bauen könnte natürlich nicht ja ohne beton das ist natürlich schwierig ne weil ich mein ursprünglicher plan die mitzunehmen am ende gar keine rolle hier steht weil was kann ich gehen wir nach oben habe ich auch material finden für ihr ding oder bänder da eisen haben wir eh genug ich kann sagen wir haben eben genug haben gebraucht konstrukte bohren was wir können sich gleich mal umziehen gehen das ist mich auch neu aber ich kenne das update ja schon ich habe euch mal angespielt das war ja ungefähr was alles neu ist ihr das wissen können natürlich eine spoilern von mir sagen kommentare ist mir wurscht weil ich kenne das natürlich trotzdem jetzt verspielen und nicht zu schieten und so weiter was wollte ich tun ach so wir brauchen platten hat muss ich in der hand ich weiß ja stimmt aber mal ein bisschen beton kann ich auch für irgendwas zu brauchen ja für meinen ständer um und andere um wir brauchen wieder draht ich brauche ja kupfer muss ich dann auch gleich anzapfen das wird glaube ich jetzt schon wieder schwierig mit strom ich finde ich sehe das jetzt schon jetzt hier ein paar von aber dann bauen gewissermaßen geht das ja gibt es doch irgendwo modi oder guck mal her siehst du ach ja hier gibt es diesen neuen modi das ist auch nur zum beispiel ist ein bisschen sehr stelle wünschte obwohl eigentlich geht hier ach so wir brauchen wir wollen beton machen ja jetzt ein konstruktor dahin was wir sind jetzt schon wieder ach versteckte eisenplatten das ist natürlich richtig praktisch dass uns keine wir haben natürlich auch wir haben eisen genug versteckte alles wollen dafür schrauben dann kann ich ja herstellen dann haben wir schon mal wieder hier dann wir brauchen aber schrauben das will und versteckte ach doch das war doch noch richtig sogar jetzt hat jetzt habe ich meine ganzen eisenstangen verbraucht wir sollen 100 stück oben reinpacken weil wir wollen ja nicht alle schrauben wir haben ein paar schräubchen erst würde ich sagen und dann schauen wir mal weiter so genau 500 ach weil wir keine platten herstellen können aber das ist nicht das problem wir haben ja hier noch genug was wollten wir bauen ach so ein konstruktor so haben wir das hier auch fertig so jetzt haben wir ja genügt auf jeden fall erstmal finde das bestimmt wieder irgendetwas anderes tatsächlich nicht wenn wir da endlich mal hier unseren kollege bauen jetzt sagen wir stellen den mal hier hin würde ich sagen dann stelle ich den mal auf beton ein aber übertakten geht natürlich nicht jetzt hier wieder dieser smartmode automatisch an oder ist der nicht an wo wir uns finden platten aber uns finden leider platten und das problem ist wir uns finden platten nicht nur sondern jetzt auch barren aber wir haben natürlich barren ich lieb's und so platten ich doch hoffen dass wir nicht mehr hier stehen können sicher dass uns gleich sicher wieder rausfliegt das war natürlich noch ein container hier verbinden ach so weil der container ungerade steht vielleicht oh wow jetzt fehlt uns wieder draht wenn wir strom verlegen muss mein kupfer allgemein eigentlich aber wieder kurz wie es weitergeht zwar der nächste folge hat gefallen gerne abonnieren like kommentieren ansonsten schon in die video beschreibung finden das wichtige seid ihr gerne in der nächsten folge dabei bis dahin tschüss